In diesem Teil des Trainings werde ich Ihnen zeigen, wie wir die erste kleine RAW-Kommentierung nach dem Fotografieren vornehmen und wie wir danach das Modell freistellen. Wir beginnen jetzt erstmal mit der RAW-Kommentierung. Dazu gehen wir in unseren Photoshop Camera Raw Filter und werden als erstes die Gesamthelligkeit anheben, weil das Bild doch leicht dunkel geworden ist. Dazu werde ich jetzt einfach die Belichtung erhöhen, solange bis ich merke, dass anfangen die Lichter an den Seiten des Körpers auszubrennen. Deswegen werde ich jetzt den Regler für die Lichtung nehmen und werde die Lichter einfach ein bisschen absenken, aber nur so sehr, dass wir nicht allzu große Kontrastabfälle in den Gesichtseiten bzw. in den Lichtern haben. Wenn ich damit zufrieden bin, werden wir die Tiefen erhöhen, weil diese Teile des Körpers besonders hier noch im Dunklen verschwinden und das werden wir jetzt mit dem Regler Tiefen noch weiter herausarbeiten. Wie Sie sehen, umso höher ich den Ziel, umso mehr Details kommen hier noch raus. Das ist in Ordnung so. Das können wir fast noch ein Stück mehr machen. Dieses Absenken der Lichter und das Anheben der Tiefen, das ist für einen etwas hyperrealistischen Bildlook immer eine Standardanwendung. Das einzige Problem ist, wenn wir das machen, Lichter runter, Tiefen hoch, passiert es, dass die Kontraste abfallen. Deswegen werden wir jetzt noch separat den Kontrast wieder anheben mit dem Kontrastregler. Den werde ich nach oben ziehen und Sie sehen, es wird wieder dieses Schwammige verschwindet ein wenig und wir bekommen mehr Kontraste ins Bild. Jetzt würde ich fast, weil mir diese Stellen teilweise immer noch ein bisschen zu dunkel sind, wieder ein bisschen mit der Allgemeinbelichtung spielen, ein bisschen erhöhen noch. Und das ist soweit in Ordnung. Alles, was hier jetzt noch ein wenig dunkler ist, das werden wir später noch mit den Details herausarbeiten, wenn wir dann das Modell in den Hintergrund eingefügt haben. Als letztes werde ich, um die Mikro-Kontraste ein wenig zu erhöhen, noch ein wenig die Klarheit erhöhen. Das ist der Regler hier. Damit muss aber vorsichtig umgegangen werden, weil das sieht sonst, wenn wir das übertrieben anwenden, zu übertrieben HDR-mäßig aus und das möchte ich nicht. Deswegen werden wir einfach mit dem Wert ungefähr bei 10 oder 11 arbeiten oder 12 und können das so lassen. Als nächstes werde ich ein wenig dieses Bild noch nachschärfen. Das tue ich, indem ich mit dem Option Schärfen den Schärferegler leicht anhebe. Ich werde mir das mal ein wenig ranzoomen, um das besser einschätzen zu können. Nachschärfen wird eigentlich erst nach der kompletten Bearbeitung des Bildes getan, aber ich melde das schon dadurch, dass ich jetzt die Konturen freistellen bzw. den Körper freistellen möchte, muss ich das jetzt schon ein bisschen nachschärfen, um die Konturen besser zu finden. Das mache ich aber nur im begrenzten Maß ein wenig. Und dadurch, dass wir so stark die Tiefen angehoben haben, werde ich jetzt noch ein wenig mit der Rauschreduzierung, mit der Luminanz arbeiten, um das Tiefenrauschen bzw. Farbrauschen ein bisschen zu reduzieren. Damit muss auch vorsichtig umgegangen werden, weil wenn wir das zu stark erhöhen, dann merkt ihr schon, werden die Flächen matschig und das möchten wir nicht. Deswegen nur ein wenig, dass wirklich hier in den dunkleren Bereichen, da wo die Tiefen angezogen wurden, das Rauschen ein bisschen entfernt wird. Das würde mir schon reichen. Das ist auch in Ordnung so. Als nächstes werde ich das Bild in Photoshop öffnen und dann machen wir weiter mit der Freistellung. So, das Bild haben wir nun in Photoshop geöffnet. Als erstes werde ich dadurch, dass wir das Modell ja freistellen und ich den originalen Hintergrund nicht benötige, werde ich einfach das Modell ein wenig weiter beschneiden bzw. das Foto weiter beschneiden. Das ist in Ordnung, weil, wie gesagt, es wird freigestellt und der Hintergrund wird dann nicht mehr benötigt. So, Thema Freistellen ist ja stark umstritten bzw. es sind viele Leute haben damit Probleme, besonders was Haare vor unausgeglichenen Hintergründen betrifft. Das Haarthema ist eigentlich relativ einfach, da hat Photoshop gute Mittel mitgegeben und das werde ich Ihnen aber gleich noch später zeigen. Wir werden uns erstmal damit beschäftigen, den Körper freizustellen. Es gibt jetzt auch verschiedene Möglichkeiten. Man könnte mit dem Lasso entlangfahren, man könnte das Magnetlasso benutzen, man könnte das lineare Lasso benutzen, aber meine bevorzugte Variante ist immer noch die Methode, das Fahrtwerkzeug zu benutzen bzw. das Zeichenstückwerkzeug zu benutzen. Das bietet den Vorteil, wir können die verschiedenen Punkte nachher noch verändern und wir können Bögen um längere Kurven aufziehen, was uns teilweise vieles Klicken erspart. Und ich werde einfach mal beginnen. Das Fahrtwerkzeug finden wir hier unten. Und damit können wir jetzt beginnen. Ich werde jetzt zeitmäßig nicht den ganzen Körper freistellen, ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie wir den Arm hier freistellen, wie wir die Haare ein wenig auslassen und den Körper freistellen. Und dann hatte ich das andere Bild schon mal freigestellt vorbereitet, mit denen arbeiten wir dann weiter. Ich werde Ihnen jetzt trotzdem zeigen, wie wir mit dem Fahrtwerkzeug arbeiten. Wir suchen uns einen möglichst nahen Bildausschnitt, ohne dass es anfängt zu rastern. Das ist in Ordnung so. Umso näher, umso weiter Sie rangehen, umso weiter Sie ranzoomen und umso genauer wird die Auswahl dann auch. Umso feiner Sie arbeiten. Wir klicken einmal und klicken das zweite Mal und der Fahrt zieht sich dann Stück für Stück auf. Bei geraden Stücken ist es völlig in Ordnung. Dann können Sie nur mit Klicken und längeren oder kürzeren Distanzen arbeiten. Und sobald wir dann zu Kurven kommen, zeige ich Ihnen, wie wir noch viel einfacher Kurven erzeugen können mit dem Fahrtwerkzeug. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, dass ich nicht direkt auf die Kontur klicke, sondern ein wenig weiter sogar noch in den Körper rein. Das hat dann später den Vorteil, dass wir keine Farbsäume haben oder vielleicht sogar noch kleine Säume vom Hintergrund. Und ich werde jetzt einfach hier oben mich weiter Stück für Stück, Schritt für Schritt mit dem Körper entlang arbeiten. Das Fahrtwerkzeug hat wie gesagt den Vorteil, wenn ich mich jetzt tatsächlich mal verklicken sollte, dann kann ich mit gedrückter Command-Taste bei Mac oder mit gedrückter String-Taste bei Windows einfach den Punkt anfassen und wieder an die richtige Stelle befördern, da wo er hingehört. Genauso. Und so arbeiten wir uns einfach Stück für Stück weiter der Kontur entlang. Wenn wir jetzt an diese Kurve kommen sollten, wie zum Beispiel hier, haben wir jetzt die Möglichkeit einen Bogen aufzuziehen. Und das machen wir so, indem wir den nächsten Punkt anklicken. Und gedrückt halten. Und dann können wir diese Kurve einfach aufziehen. und das machen wir einfach ein bisschen freie Schnauze. Wir ziehen es in die Länge und müssen mit der Höhe ein wenig arbeiten, dass dieser Bogen richtig entsteht. Das würde ich jetzt einfach so machen. Grob kann man sich immer orientieren mit dem Endpunkt, den man gedrückt hält. Kann man weiter an der Kontur entlang fahren und das daran ausrichten. Das ist immer ein guter Indikator dafür, dass die Kurve dann eigentlich richtig ist. Muss nicht immer so sein, aber man kann das sich so als Eselsbrücke merken. Wir lassen das mal so und gehen dann weiter der Kontur entlang. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, wenn man nicht die Bögen aufziehen möchte, kann man einfach dann bei Kurven, die man geht, einfach in kürzeren Schritten arbeiten und bekommt dann auch den Bogen hin. Umso näher, das hatte ich am Anfang bereits erwähnt, umso näher wir rangehen, umso näher wir ranzoomen, umso genauer wird diese Auswahl dann besonders, wenn wir kleine Kurvenstücken entlang fahren. Jetzt werde ich noch eine kurze Besonderheit zeigen. Das wird öfters mal vergessen, wenn mit Kurven gearbeitet wird, beziehungsweise wir haben dann einige Probleme. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier dieses Teilstück mit einer Kurve fahren möchte, dann wird angeklickt, dann wird die Kurve gezogen, losgelassen und wenn es dann hier weitergehen soll, zum Beispiel wenn ich dann hier mit dem Pfad, ich sage mal abbiegen möchte, dann wird geklickt und dann schlägt dieser Pfad diesen Bogen hier. Wenn ich aber gerne gerade auswählen möchte, dann gibt es einen kleinen Kniff und zwar dann muss auf dem letzten Punkt mit gedrückter Alt-Taste gedrückt werden. Dann verschwindet diese Bogenauswahl hier und ich kann wieder mit geraden Pfaden weitermachen. Das werde ich jetzt mal tun. Ich werde jetzt einfach mal schnell weiter auswählen, Schritt für Schritt. Dort wo es geht, nehme ich die langen Pfade und dort wo Bögen erscheinen, nehme ich einfach die Rundauswahl. So, die Haare, damit werden wir uns später beschäftigen. Da gibt es eine schöne Photoshop-Aktion, die das gut automatisiert, das Haare freistellen. Deswegen werden wir jetzt einfach eine Grobauswahl um die Haare vornehmen und Photoshop später einfach die Arbeit machen lassen. Dann landen wir wieder beim Ohr. Jetzt könnte ich einen Bogen schlagen, aber das Ohr ist ein bisschen knubbeliger. Deswegen werde ich einfach mit der Schrittauswahl jetzt weiter vorgehen. So, das ist jetzt kein Problem. Wie gesagt, die Haare haben wir grob ausgelassen. Sie werden sich jetzt einfach um den ganzen Körper herumarbeiten. Das werde ich jetzt nicht machen. Ich werde jetzt den Pfad an dieser Stelle mal schließen. Das heißt, wir suchen uns einfach den letzten ersten Punkt, mit dem wir begonnen haben, klicken, bis dieses Kreissymbol erscheint und schließen den Pfad. So, momentan haben wir noch keine Auswahl, mit der wir arbeiten können, sondern nur einen Pfad. Deswegen werde ich jetzt mit gedrückter, mit der rechten Maustaste, in die Pfadauswahl klicken. Und dann kommt dieser Auswahlpunkt, der heißt Auswahl erstellen. Das klicken wir an. Und in diesem Fenster haben wir jetzt die Möglichkeit, der Auswahl bzw. der Kante einen weichen Verlauf zu verpassen. Das werden wir nicht tun. Das können wir im Nachhinein noch steuern. Deswegen wird das jetzt einfach abgeklickt. Jetzt haben wir unsere Auswahl und können jetzt in dem Moment noch unsere Auswahl bearbeiten. Das machen wir, indem wir das Auswahlwerkzeug wieder benutzen, wieder mit der rechten Maustaste klicken. Und dann haben wir die Möglichkeit, den Auswahlpunkt Kante verbessern. Das werden wir jetzt mal anklicken. Und da stehen uns noch einige Funktionen zur Verfügung. Wenn wir viele Kurven per Hand geklickt haben, haben wir hier noch die Möglichkeit, so kleine Ecken abzurunden. Das machen wir mit dem Kanten anpassen Werkzeug, indem wir hier einfach auf Abrunden klicken. Das sieht man jetzt in der Auswahl nicht so gut. Und man sollte damit auch ein bisschen vorsichtiger umgehen, weil das zeichnet die Kante halt auch sehr weich. Deswegen immer ein bisschen in Maßen benutzen. Aber für kleine Ecken reicht es ganz gut. Deswegen kann man das immer ruhig mal anwenden mit ein paar Pixeln. Das ist vollkommen in Ordnung. Alle anderen Dinge sollten, sofern wir ordentlich sauber gearbeitet haben, unberührt bleiben. Zum Beispiel die weiche Kante. Weil dann haben wir wieder mehrere Pixel, die über die Kante ausgewählt sind. Und das heißt, wir haben noch wieder eine leichte Kontur von dem Hintergrund mit drin. Das möchten wir vermeiden. Wenn wir soweit zufrieden sind, dann können wir diese Kante verbessern, bestätigen, haben die Auswahl um unser Modell und können uns jetzt unser Modell auf einer Extra-Ebene kopieren. Das machen wir wie folgt. Die Auswahl ist bestehend. Wir drücken String bei Windows, Command bei Mac und zusammen mit der Taste J. Das kopiert uns unsere Auswahl, wie Sie hier sehen, auf einer Extra-Ebene. Jetzt kann ich das ausblenden und habe jetzt meine Modell-Ebene hier zur freien Verfügung. Als nächstes werden wir uns beschäftigen, wie wir die Haare freistellen. Dazu hatte ich schon ein anderes Bild vorbereitet, wo das Modell komplett freigestellt ist. Die Arbeit hatte ich mir bereits schon getan. Wir werden uns jetzt anschauen, wie wir exakt die Haare freistellen können. Gerade bei dem Modell ist es schwierig, bzw. bei vielen Frauen ist es schwierig mit Locken, mit kleinen Strähnen und mit einzelnen Haaren, wie es jetzt hier besonders gut zu sehen ist, ist es halt schwierig, die sauber freizustellen. Man könnte jetzt natürlich sich hier eine Maske drüberlegen und anfangen, einfach per Hand mit einem schwarzen Pinsel in dieser Maske oder vielleicht sogar mit etwas heiterer Kante die Haare auszumaskieren. Dann haben wir natürlich das Problem, dass die ganzen feinen Härchen verschwinden mit am Massenrand und das ist eigentlich sehr schade, weil das ist eigentlich nie eine Sache, die gewollt ist. Weil das sieht man dann einfach im Composing, dass Haare grob freigestellt wurden und das ist nicht der Sinn der Sache. Deswegen werden wir uns jetzt mal beschäftigen, wie wir freistellen können mit einem Photoshop-Automatismus und trotzdem alle Haare klein bestehen. Ich werde diese Maske jetzt erstmal wieder löschen, werde die Maske wieder neu anlegen. Masken legen wir neu, indem wir auf die Ebene klicken, hier unten auf das Maskensymbol und dann ist eine weiße Maske angelegt. Um die Photoshop-Aktion anzuwenden, werden wir jetzt grob den Hintergrund, den ich übrig gelassen habe, freistellen, aber ohne die einzelnen Haare zu berühren. Das mache ich nämlich mit einer Maske, die Maske ist erstellt, eine weiße Maske, ein schwarzer Pinsel und jetzt wird einfach der überflüssige Hintergrund aus dem Bild mit der Maske rausgenommen. Ich versuche, wie gesagt, die kleinen Härchen alle übrig zu lassen, weil die werden dann mit Photoshop freigestellt. Das ist soweit in Ordnung, hier brauchen wir gar nicht rangehen und jetzt können wir mit der Photoshop-Aktion arbeiten zum Freistellen der Haare. Als erstes, weil ich jetzt die Auswahl wieder benötige, werde ich als erstes die Maske, die wir jetzt wegretuschiert haben aus dem Bild, werde ich die Maske nochmal anwenden. Das heißt, wir klicken in der Ebenenleiste auf das Maskensymbol, auf Ebenenmaske anwenden und es verschwindet jetzt. Als nächstes werden wir uns die Auswahl wieder laden des Modells bzw. dieser Ebene. Das machen wir, indem wir auf das Ebenen-Symbol klicken, aber mit gedrückter String- bzw. Command-Taste. Jetzt erscheint die Auswahl wieder und wir können, was ich Ihnen bereits erst gezeigt habe, wenn wir im Auswahlmodus sind, wieder mit der rechten Maustaste in die Auswahl gehen, auf Kante verbessern. Und jetzt bietet uns Photoshop den Maskierungsmodus bzw. den automatischen Maskenpinsel an. Damit können wir um Konturen fahren und Photoshop erkennt die Konturen von allein und versucht, die so gut wie möglich freizustellen. Und in den meisten Fällen klappt das auch einwandfrei. Ich werde das mal zeigen. Wir wählen jetzt einfach mal eine Pinselgröße, mit der wir locker über diese Haare fahren können. Und ich werde das jetzt einfach mal anwenden. Sie fahren leicht über den Hintergrund und Sie fahren auch leicht über die Haare drüber, die Sie freigestellt haben möchten. Das haben wir gemacht. Jetzt können wir die Auswahl einfach loslassen. Und Sie sehen schon, Photoshop hat jetzt wirklich komplett automatisch diese einzelnen kleinen Haare freigestellt, das uns wirklich viel Arbeit erleichtert. Wir haben jetzt noch ein kleines Problem. Und zwar hat Photoshop hier ein bisschen was vom Hintergrund übrig gelassen. Das ist aber kein Problem. Das können wir dann noch selber per Hand weg machen. Aber uns geht es halt, wie gesagt, um wirklich diese Feinauswahl der Haare hier. Und das hat wirklich sehr gut geklappt. Ich werde das einfach durchbestätigen. Photoshop legt uns jetzt eine Maske an. Die sehen wir hier. Und diese Maske können wir jetzt noch weiter bearbeiten. Indem wir wieder mit dem Pinsel reinklicken. Die Maske anklicken, wieder mit einem schwarzen Pinsel. Und mit 100% die Teile entfernen, die wir gar nicht mehr benötigen. Das sind etwa diese Sachen, die hier nur übrig geblieben sind. Und dann können wir mit reduzierter Deckkraft des Pinsels noch ein bisschen an diese Kanten rangehen, um sie noch weiter zu entfernen. Mit dem Gedanken daran, dass wir das Modell dann wieder in den entsprechenden Hintergrund einfügen, der so ähnlich aussah wie unser Original-Hintergrund, können wir auch damit leben, dass hier leichtes Rauschen oder dass hier leicht noch Pixel überstehen, weil die dann einfach im Hintergrund verschwinden. Das sollte man natürlich nicht machen, wenn man ein Modell jetzt auf wirklich weißem Hintergrund möchte, dann möchte man ein bisschen sauberer arbeiten. Aber für diese Art der Freistöhnung ist es völlig ausreichend. Und Sie werden sehen, wir haben diese einzelnen Haare, sind dann im Original-Hintergrund super zu sehen. Und wir werden keine Probleme haben. Sie werden davon nichts mehr sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017